Hey Bro, wir sind einfach Oggi und die Kakerlaken- Zeeo 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 Mein Töber der Glutmeister Willkommen zu allen neuen Videos auf dem Kanal Leute Heute spielen wir Prop Hunt, aber den Bug Simulator Beziehungsweise Prop Hunt aber ein bisschen anders Denn heute gibt's drei Kakerlaken Die wären DeKing Ja, ja Kidman Ich heiß Oggi Oggi? Und wer ist dann der andere? Zeeo 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 Freunde, falls ihr das kennt, was ihr gerade gesungen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mal sagen, wir starten rein in die Map. Das ist, glaube ich, zufällig, wer hier was ist. Und ich hoffe, ich bin der Sura zuerst. Aber wenn ich eine Kakerlake bin... Ah, ich bin eine Kakerlake. Mit Deking und Young Schmodi, Digga. Wir müssen hier uns natürlich verstecken und ganz langsam Äpfel einsammeln. Und zwar 10 an der Zahl. Dann haben wir gewonnen. Es gibt mir natürlich 5 Minuten Zeit, um uns hier hops zu nehmen. Ich fühle mich an, es geht schon los direkt. Es geht schon los, Digga. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ich bin schon draußen. Ich suche euch schon. Ich sehe dich nicht. Wo sind die Äpfel? Habt ihr schon Äpfel gefunden, Jungs? Ich habe noch nichts gefunden. Digga, wer hat denn hier auch nicht aufgeräumt, Alter? Das ist so eine Drecksbude hier. Digge, das ist bei mir zu Hause. Da laufen auch die Kakerlaken rum. Verdammt, Mann. Real talk, real talk. Das sieht hier aus wie bei Danergy zu Hause. Digga, auf den Fett sind überall Kakerlaken drauf, Digga. Gib's mir einfach. Ah, ich merke, der Boden klebt, Digga. Hey, ich habe bis jetzt immer noch keinen Apfel gefunden und Ahmed hat nur... Oh mein Gott, ich sehe Ahmed. Oh mein Gott, hier muss irgendwo ein Apfel sein. Hier ist einer. Oh, das macht einfach keinen Sinn, Digga. Oh, 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 oh. Weißt du was? Ich bleib einfach stehen, Digga, und warte, bis einer vorbei läuft. Ja, mach doch, mach doch einfach. Wenn ich laufe, Digga, und ihr lauft mir entgegen, dann laufen wir beide und dann treffe ich gar nicht. Ja, und wenn beide laufen... Ey, wer ist der Partner hinter mir, vor mir? Hallo? Ich bin das. Das gibt mir, das gibt mir. Das gibt mir. Nein, nein. Ah. Warum hast du mich verraten, Oma? Ey, ich habe dich doch nicht verraten, Digga. Warum hast du mich verraten? Was laberst denn du jetzt? Ich sage jetzt, wo Odemann ist. Oh, Jan-Ko, Jan-Ko, die ist unten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe Kidman gesehen, ich habe Kidman gesehen. Ah! Ich gehe hoch, ich gehe hoch. Ich bin oben. Tschüss. Tschüss, Kidman. Ich habe einen Apfel. Nein, wo? Somebody, nein. Digga, ich weiß auch, wo ein Apfel ist. Wo? Bitte, sag mir, wo. Bitte. Ich will auch einen Apfel sehen. Ich bewache den, Digga. Ich bewache den. Bitte, bitte, sag mir, wo der ist, Digga. Der ist vor dem Klo. Bevor du ins Klo reingehst, Digga, in den Bereich auf so einen Schrank drauf, wo so Flaschen stehen. Und unter so drei Postern, diese Horror-Poster. Okay, das interessiert mich gerade gar nicht, weil ich gerade in einem Gaming-Room bin und da muss ein Apfel sein. Weil ihr wisst, alle Gamer sind Apfel. Oha, hier ist ein zweiter Apfel, Digga. Junge, sind die alle unten? Ja, auf den Schränken, Digga, in der Küche. Ich habe den zweiten Apfel. Lauf! Hä, wo denn? Nein, er hat den. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Lauf! Hier ist aber noch einer, Digga. Komm doch. Wie viele müsst ihr kriegen? Zehn Stück. Ich habe noch keinen einzigen gefunden. Boah, das ist doch scheiße. Ich bin im Schacht. Äh, warum sage ich, wo ich bin? Oh, oh. Wo seid ihr? Oder waren es vor dir? Ich bin auch noch zwei. Ja, unser, 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 unser. Wer ist hier reingerannt? Ich nicht. Wer ist da? Hey, Achmed, hinter dir ist ein aufgegessener Schweinebacke. Wo bist du? Nein. Lauf, wo du? Lauf. Wir müssen draußen kommen. Wo bist du? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich bin die Kakanake des Lebens. Ich bin die Kakanake des Lebens. Nein, Digga. Schmoudi, wo bist du? Ah, ich sehe ihn. Es geht so, translumer. Lauf. Bruder, man sieht diese Kakanake für eine Millisekunde und dann sind sie wieder weg. Lauf. Bruder, ey, ich habe noch keinen App. Ey, Leute, ich habe so viel Spaß ohne D. Ey, verdammt, man. Dici. Du siehst aus, sao, 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 sao. Wie der ausrastet, dich Liebes. Wo sind die Äpfel? Durchsuchen. Ja, das ist doch unmöglich. Ich habe durchsucht, aber es ging auf. Die Äpfel sehen nicht aus wie Äpfel. Wie sehen die dann sonst aus? Doch, das sind Äpfel, Bruder. Aber sie sind nicht. 3D Äpfel. Ja Bruder das sind so kleine Löscher wo man durchlaufen kann zwischen den Wänden okay. Hä? 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 Was sind das für Äpfel? Ich habe es jetzt immer noch nicht gecheckt. Das sind 2D Äpfel. Auf Boden? Ja. Bruder guck doch mal. Oh mein Gott. Kannst du mir einen zeigen auch mit? Ja. Wenn du die Treppe runter gehst. Auf dem Schrank. Ich komme die Treppe runter. Hier. Sag hier. Wo? Runter die Treppe. Okay bin ich. Bin ich. Ich seh. Ey 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 ey. Aim up bro. Da da da. Da oben ist der drauf. Hier. Siehst du mich? Ja. Ja. Da wo ich drauf schieße. Okay. Guck jetzt bloß dich hinter dich unter den Tisch. Ja. Du kleiner Hund. Dicking. Warum verrätst du mich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sechs Sekunden. 5, 4, 3, 2. Ah. Ah. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt Junge. Das ist so unmöglich. Oh mein Gott. Okay Freunde. Wir haben es überlebt. Ich würde mal sagen. Ich bin jetzt der Sucher in der zweiten Runde. Ja. Probier mal. Probier mal. Ich werde alle finden. Ich sage dir ehrlich. Okay Jungs. Ich bin Sucher Digga. Beeilt euch. Weil man kommt direkt. Ich bin weil ich wohne ja eigentlich in meinem Haus. Jungs. Lass einfach hier drin bleiben. Okay. Ich komme jetzt schon. Ich bin schon da Jungs. Ich bin schon da. Okay. Wie viele Äpfel fragt ihr vorhin? Ich habe jetzt eine. Ich habe eine. Ah. Jetzt weiß ich wie die aussehen. Nein. Kidnaff weiß jetzt wo die Äpfel sind. Also ich weiß nur wo zwei sind Digga. Und einen hat Daniel bestimmt schon. Ich habe einen. Wie du hast einen? Äh. Ich habe keinen. Oder wo sind die Äpfel denn Digga? Hallo. Wer ist denn hier? Bin nicht im Wohnzimmer. Ich habe noch einen Apfel. Hier ist einer. Hier ist einer irgendwo. Jungs. Ich habe zwei Äpfel. Aha. Ja. 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 Digga. Ah. Noch einen Digga. Nein. Nein. Für einen Zufall Digga. Ob du direkt da rein rennst. Oh mein Gott. Okay. Ich habe Kidnaff und Dekking. Weil Dekking ist mir einfach hinterhergelaufen. Der Spaß. Ich bin ihm nicht hinterhergelaufen. Ich will eine dritte Runde. Du kriegst gar nichts. Wir machen eine dritte Runde. Okay wir machen eine dritte Runde. Weil Kidnaff weiß. Er war ein Apfel hinter. Ich hör. Er macht so. Er ist auf einmal Araber geworden. Wir machen den dritte. We're at. We're at. Okay. Cody wo bist du? Halle Äpfel auf einmal Digga. Schmoudi wo bist du? He? Du hast ihn gerade gesehen. Oder? Cody. Ich höre deine Strategs. Hä, Odo mal bist du blind? Sei doch leise. Audi, wo bist du? Bei der Couch. Audi. Ach so, ich sehe ihn durch die Wand. Oh mein Gott. Nee. Ja. Nee. Wo ist er? Ich dachte schon, warum siehst du denn ich? Wo bist du hin? Wo bist du hin, du kleiner Hund? Du Papiermundlern. Jungs, fünf, fünf. Er ist oben. Er ist oben. Warum kann ich nicht rennen? Meine Haut, Digga. Ich will doch nur einmal rennen. Hey, Ahmed, wo sind die anderen? Hab keine Ahnung. Unten beim Fitnessstuhl. Wo bist du? Fitnessstuhl. Sieben. Nur noch drei. Warte mal, du verlierst. Bei der, bei der Hantel. Da wurde vorne der Couch raus. Ah, ich hab dich gesehen. Sehen, 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 sehen. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Ich bin nicht an ihm vorbeigelaufen. Ich bin nicht an ihm vorbeigelaufen. Ja. Dank Schmoudi. Warte, ich sehe ihn durch die Wand und ich weiß nicht, wo er ist. Ah, da. Da, ja. Hops, genau. Hops, genau. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Da, gebt mir noch eine dritte Runde, Willen. Machen wir noch eine dritte Runde, Freunde. Vergesst nicht zu liken. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Okay, Freunde. Jermil sucht jetzt in der dritten Runde. Das heißt, geht mir noch eine Chance. Aber Jungs, denkt dran. Wir wissen jetzt, wo die Äpfel sind. Wir wissen, wo die Äpfel sind. Ich weiß, wo ein paar Äpfel sind. Nein, die Äpfel. Die Äpfel. Tschüss, Jermil. Die Äpfel. Hääääh. Oh, du warst. Ey, du bist so ein Hund. Ey, Mann. Ich wurde gefunden, Jungs. Die Äpfel sind nicht da, wo sie letzte Runde waren. Oh, ich finde das einfach nur unfair, Digger. Jungs. Wie kannst du so schnell sterben? Junge, guck mal. Das Ding ist, Jermil hat die Technik angewendet. Kennst du die? Ich nicht. Was für so eine Technik jetzt? Die Technik. Die Technik. Kennst du die Technik nicht? Bambo. Genau. Bambo. Okay, ich gucke Schmodi zu. Wir können aber mal switchen. Vielleicht sehen wir... Ah, wir können Kippen nicht zuschauen. Ey, das ist echt mein Endset. Hä? Das ist echt dein Endset. Ich habe ein Apfel. Ich schwöre. Einfach dein Setup, Digger. Okay, schauen weiter. Bei D-King. Oha, wo bin ich jetzt, Digger? Auf Schmodi. Okay, okay. Es ist in so einem Raum, wo es weiß ist und... Oh, ist er... Nein, er ist weg. Er ist weg. D-King, du kleiner 31. Du hast mich verraten. Jetzt verrate ich auch dich, du kleinen Piss. Digger, ich kriege... Guck mal, aber Punkte für die Äpfel. Ja, guck mal, links oben. Links oben steht es. Vier von zehn. Vier von zehn habt ihr schon. Okay, das schaffen wir, Digger. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Aber hinter dir ist, glaube ich, Schmodi, Digger. Meinst du mich? Ja, ich meine dich. Wir haben fünf von zehn, Digger. Oh, wild, wild, wild. Bleib da, Achmed. Bleib da. Er wird dich niemals sehen. Wenn er dich sieht, Digger, dann hat der Hexen. Bleib einfach stehen. Siehst du Äpfel? Bleib einfach stehen, Digger. Ich sehe gerade nichts. Ich wollte da. Guck mal, Digger. Nein, er hat ihn gefunden. Oh, mein Gott. Er denkt sich so, er denkt sich so. Echt für die Kakerlake. Oh, nice, nice, nice. Okay, vier Stück noch, Achmed. Vier Stück noch. Komm, komm, komm. An der Handelbank ist, glaube ich, noch eine. Nein. Ah, nee, die war weg, stimmt. Habe ich noch nie einen gesehen gehabt. Ich habe oben schon einen gefunden. Der Rest ist safe oben. Ja, ich gehe wieder runter. Weil Achmed heißt, ich gehe wieder runter. Ich gehe hoch, Bruder. Erkennt dich, Achmed. Verdammte Scheiße. Scheiße, Digger. Unter dem Bett, unter dem Bett, unter dem Bett war einer. Oh, 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 wild, 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 wild. Alter, Dicking, King, Digger. Nein, Achmed, Achmed, versteck dich. Und bleib da. Bleib da, er kann nichts machen. Er kann nichts machen, vertrau mir. Okay, renn, renn. Nein, der kann nichts machen. Oh, mein Gott. Der kann nichts machen, der kann nichts machen. Ich habe gedacht, er kann nichts machen. Ich habe gedacht, aber... Hältst du gesagt, geh durch das Loch, durch die Wand, du. Andererseits, dann rennt er weg. Er kann nichts machen. Freunde, wenn ihr euch das Video gefeiert habt, lasst natürlich ein Like, ein Abo da. Checkt euch wieder, warum, alte Jungs. Ab unten, natürlich auf Instagram. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Und ich hoffe, ihr habt keine Kakerlaken zu Hause. Denn Kakerlaken sind einfach ganz krasse Tiere und können Atombomben überleben. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal.